hallo und herzlich willkommen zu einem neuen let's play von su cha-kun ja ich bin mal den neuen die neuen sage ich schon den und wir gehen in einen modus wir gehen das ist unser einziges so gut genau dann gründen wir nämlich mal ein zoo und es wird mega cool denke ich mal die folgen gehen so zehn minuten und wegen dem live stream von simulator es gab leider ein problem damit deswegen kommt das nächste überhaupt äh tiere werbung Ich habe unendlich Geld. Nee, das wollen wir ja nicht. Okay, wir machen jetzt unendlich Geld, aber es wird definitiv noch ein Part geben, wo halt auf jeden Fall zu speichern. Ah, so kann ich, glaube ich, bauen. Genau. Wege. Weg bauen. Ich muss sie erst mal mit der Steuerung. Nee. Ah. So. Dann kommen wir uns mal zu spüren. Ach, wir haben später noch geändert. Oh ja. Ja. Das ist gut, oder? Ja, ich bin. Verkauf das mal wieder. Verkauf das mal wieder. Braucht der natürlich trotzdem achten. Brauchen wir natürlich Tiere. Was kommt denn da rein? Boah, machen wir mal Giraffe. Machen wir gleich mal eben zwei. Wir müssen auch zwei haben. So. Da. Unsere ersten Tiere. Wo kommen die andere? Aber. Ja, irgendwie nicht ganz. Aua. Da. 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 Denn. natürlich... ... ... ... ... ... ... ... ... ... So, ich muss mich auch nach, oh nee, so wollte ich nicht machen. So, wir wollen, oh nee, wir wollen wieder da rein, so, Deko, Stand, Einrichtung, wir wollen natürlich einen Stand haben, zur Unterhaltung, dahin, ja, mega, wir wollen. So, da wollen wir auch einen Weg, einen Stand haben. Hier, Stand, Gastronomie, machen wir einen Börger, okay, ein bisschen zu groß. Was ist das groß? Ich will was Kleines. Das ist ja alles mega riesig. Alles klar. Ja. Dann machen wir mal hier hin. So, hier hin. Dann machen wir mal ein Gehege. Also eins machen wir noch in dieser Folge und dann ist leider schon die Folge vorbei. Äh, jetzt machen wir ein Mini-Gehäge. So, hier hin. So, verbinden. So. Und hier wollen ja noch Tiere. Äh, dann machen wir noch eine Tiere. Äh, gehen wir hier hin. Äh, geht mir hin. Ne, warte. Ach genau, ich will nicht so. Tiere. Tiere. Tiere, Tiere. Academy. Okay. Oh, machen wir die hier rein. Machen wir so. 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 Oh, da. Cool. Die Giraffen. Unser erster Park. Und wir haben tausend Besucher schon. Ich würde aber sagen, das war schon eine sehr kleine Barfeind-Folge. Ich wünsche euch natürlich was. Im nächsten Part mache ich natürlich mehr. Und wenn wir hier alles vollgestellt haben, machen wir uns natürlich an die Herausforderung dran. Und zwar natürlich mit Geld und so alles. Und ja. Ich wünsche euch was. Habt natürlich viel Spaß gehabt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Dann lasst natürlich ein Like, ein Abo oder einen Kommentar, wenn ihr wollt. Ciao.